hallo ist der martin von money monkeys dass die dachsanalyse für donnerstag den 8.12.2022 das bild sagt mehr als 1000 worte kann ich mir meine einleitung sparen das werdet ihr ähnlich sehen unser dax hat hier nicht viel geschafft mal oben und unten rum gestoßen wir hatten gesagt dass er ja gegebenenfalls noch mal nach oben ran darf 365 400 abholen hier dann von dort weiter auf ein weiteres tief mal so in dem bereich hier um 14.200 ran wir haben oben die 14 365 gesehen hat er fein gemacht und dann unten ein bisschen knapp wieder verfehlt aber das haben wir eigentlich die ganzen letzten tage immer wieder drin gehabt dass er unten knapp irgendwie vorbei geschrampft ist und nicht getroffen hat von daher lassen wir das mal gelten ändert aber nichts daran dass das ziel nicht abgearbeitet ist das heißt das könnte jetzt zum donnerstag interessant werden und hier müssen wir jetzt schon ganz klar sagen dieses hochzucken von den tiefs wird für den donnerstag jetzt gefährlich denn wir kennen unseren dax in situationen aus ähnlichen bildern oder wie soll ich sagen aus der vergangenheit einfach kennen wir unseren dax in ähnlichen sitze oder in vergleichbaren situationen wo er auf hohem niveau seitwärts gelaufen ist und dann irgendwann die ganzen tief so nur noch ganz flach nebeneinander gestellt hat jedes neue tief erst mal eine riesen kerze wieder nach oben kam und dann leitet sich das dann ein und ganz oft war das so ist am montag bis donnerstag schwach gewesen so bis donnerstag nachmittag manchmal sogar und man dachte naja schwache woche aber viel passiert war nie weil der ist immer so ganz träge abgekleckert und nie weit und dann hat er am freitag immer die komplette woche wieder auf grün gestellt erinnert der ein oder andere sich noch dran das war oben wo wir bei 14 über 14.800 immer waren und da unten immer wieder nach unten zurückgestoßen sind das war noch war das noch vor corona nee das war nicht vor corona oder das war vor bevor wir hier runter gekommen sind nach corona noch aber bevor wir hier runter geknallt sind wartet mal wartet mal wartet mal 14.800 von oben schon tagesschart gucken das sehe ich jetzt hier gar nicht was ich vor augen habe wartet mal da oben hier war das auch so ne da haben wir das mal ganz lange gehabt doch das war jetzt erst letztes ende letzten jahres mit mittel letzten jahres bis ende letzten jahres war das auch ganz oft dass der immer wieder gerade in den den phasen hier ja diese seitwärts was immer wieder dann zum 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 wochenschluss hin die katze wieder grün gezogen hat kann sich bestimmt der ein oder andere noch gut daran erinnern das war ziemlich nervig und könnte jetzt hier gegebenenfalls jetzt auch wichtig werden deswegen wird ganz 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 entscheidend wie verhält sich unser dax jetzt hier zum donnerstag ne ebnet er jetzt wieder diesen klassischen ich weiß gar nicht wie es nennen soll freitags hoch geht es ja hat den weg oder legt er sich wirklich unten raus weil sollte der jetzt zum donnerstag auch wieder nur hier unten drauf stehen und die 14 1200 14 1180 anstoßen und wieder nur nach oben zucken glaube ich fast dass breitag oben raus geht dann wird der komplett hier abwärts rennen bruch und mit einmal gleich wieder hoch ans range top ran und dann ist die wochenkerze fast wieder grün und der dax hat nichts geschafft außer obwohl der montag bis donnerstag schwäche gezeigt hat dann ja also da würde ich einfach aufpassen in dem bereich das ist für mich relativ wichtig gezogen haben uns eigentlich schon premium sind es auch die ganzen letzten tage darauf vorbereitet wir hatten ja auch eingangs der woche schon erwartet dass die woche deutlich tiefer zurück sticht als noch die vor woche dass er das tiefer zurückzuläuft weil aus unserem letzten webinar heraus unsere annahme war dass die nächsten zwei wochen nur erstmal schwächer notieren und eben nicht mehr in den trendfortsetzungen oben gehen das hat ganz gut geklappt wir würden dann quasi jetzt am wochenende das webinar dann aktualisieren und uns mal angucken und dafür ist mir jetzt wichtig was macht der donnerstag da jetzt an seinem tief das ist für mich jetzt unheimlich wichtig für die nächsten zwei wochen und ja punkt müssen wir jetzt angucken aber ich kann euch das auch so schon sagen wenn der hier unten wieder hochzockt habe ich auch gerade schon gesagt kriegst du von außerdem freitag wieder komplett hoch zieht und dann öffnet er sich natürlich oben wieder die chancen solltet ihr das aber unten zerlegen und ich sag mal auch unter 14 1 80 aus dem handel rausgehen dann ist natürlich der freitag stellt euch mal vor der macht hier noch noch tiefer raus und 14 100 zum donnerstag dann kann der freitag richtig 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 gefährlich werden richtig böse und dann sieht es wieder am wochenende aus wie welthuntergang also das wird sehr sehr interessante situation am donnerstag naja für mich ganz wichtig hier unten kriegen wir von hier unten grüne stundenkerzen aufpassen 14 1 80 14 200 und der presst eine schöne grüne stundenkerze nach oben die kann im grunde bis 14 365 14 400 noch mal locker nach oben dann im anschluss anziehen Ja würde ich einfach aufpassen aber solange hier keine grüne stundenkerze kommt Vorsicht und obacht weil 14 1 30 14 100 sind dann hier unten noch dran und drunter ist dann erst mal wieder Ne hier an der kerze lang da kannst du da kannst du nicht nur so festhalten da ist nichts dran da ist kein nippel da ist kein gar nichts wo du dich festhalten kannst und das wird dann brenzlig halten ab dem moment wo dann hier die letzten teams wegbrechen machte sich natürlich eine ordentliche flanke auf hier an der kerze was nach unten drunter zu arbeiten deswegen unheimlich wichtiger bereich jetzt hier in der zone und dann eben die 14 1 30 14 100 ich gehe davon aus was wir sie zum donnerstag kontaktieren und Ja sollte er oberhalb von 3 40 sich bewegen oberhalb von 3 60 dürfte es noch mal in die 400 vielleicht sogar 4 45 reingehen dann dort genau hingucken bildet sich dort eine rote stundenkerze aus kann er von dort auch wieder komplett aufs tagestief runter also zum donnerstag nicht unterschätzen Na da kann er gut bewegung liefern aber so an sich Erstmal gut in der planung drin wir haben auch den abwärts trend den aufwärts trend gebrochen den aufwärts trend seit hier unten das hat man auch Die letzten tage schon mal mit erwähnt ich möchte es bloß noch mal vor augen rufen der aufwärts trend von hier unten Bei 12.000 rum der aufwärts trend von 12.000 der ist bereits gebrochen und der dax reagiert momentan mit Abwärts bewegung darauf also da ist nichts mit verteidigen Der gleitet einfach ab hat noch keine trend dynamik hat noch keine bewegungs dynamik auf der unterseite das würde jetzt dann Erst kommen oder in der nächsten woche dann kommen wenn er sich jetzt hier halt richtig verausgabt Ja aber sowas gucken wir uns beim webinar dann noch an Am wochenende oder in der analyse dann eben für den montag am sonntag Ja Nichtsdestotrotz ist ja erst donnerstag das heißt morgen kriegt ihr auch noch mal ein video von mir Und ansonsten kann ich nur sagen denkt auch ans seminar die ersten bestätigung habe ich jetzt schon drinnen das heißt ich kann auch Jetzt definitiv schon sagen dass das seminar stattfinden wird haben quasi mindesteilnehmerzahl jetzt erreicht Und ja wer infos haben will ich hänge es auch hier hinten jetzt noch mal mit rein Ein einfach e-mail an seminar-monkeys.com Und dann können wir alles weitere per mail machen Und dann verblendern wir hier nicht so viel zeit im video für die die das nicht interessiert Ich wünsche euch da einen schönen Donnerstag passt gut auf spannende situation Ja also für mich wirklich das für mich wird der Donnerstag Entscheidungsträger für die nächsten gut zwei wochen Ja und von daher gucken wir genau hin man muss nicht immer überall die finger drin haben Manchmal ist es auch schön einfach zu beobachten und zu gucken wie geht er denn mit der situation um Um dann eben in der reaktion dann zu sagen okay jetzt ist das passiert ich war jetzt hier nicht drin Ich bin nicht im absoluten tief long ich bin nicht im absoluten hoch short aber ich habe jetzt gesehen wie der markt sich bewegt hat Ich weiß jetzt wo die nächsten ein zwei wochen höchstwahrscheinlich hingehen und kann mir da meine punkte holen Und manchmal ist das mehr wert als unbedingt hier das absolute tief gelongt zu haben oder das absolute hoch geshortet zu haben Ja von daher ich mache hier aus wünsche euch was und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss